Hallo und herzlich willkommen bei TRUMA. Wir möchten Ihnen heute mal unsere Klimaanlagen und im Speziellen unser Dachklimasystem, die TRUMA Aventa Comfort, vorstellen. Dazu haben wir uns professionelle Hilfe geholt. Hallo Edina. Hallo Georg, danke für die Einladung. Edina ist technische Beraterin und kennt sich bestens aus mit Klimasystemen. Edina, erzähl doch mal, was wir hier haben. Hier vor uns sehen wir das TRUMA Flaggschiff der Dachklimaanlagen, die Aventa Comfort. Wir haben eine Kühlleistung von 2400 Watt und eine Heizleistung von 1700 Watt und damit kannst du dein Fahrzeug mit einer Fahrzeuginnenlänge von bis zu 7,50 Meter kühlen. Das ist natürlich beachtlich. Jetzt habe ich selber kein großes Wohnmobil, sondern einen kleinen Kastenwagen, bin damit aber auch gerne in den Sommermonaten in Südeuropa mit meiner Familie zum Surfen unterwegs. Wie schaut es denn da aus? Gibt es da auch eine Lösung? Ja, auch dafür hat TRUMA was im Produktportfolio. Wir haben da die Aventa Compact-Reihe. Da gibt es die Aventa Compact mit 1700 Watt Kühlleistung und die Aventa Compact Plus mit 2200 Watt Kühlleistung. Und die Compact-Reihe wurde speziell für das Kastenwagen-Segment entwickelt. Ah super, okay. Da werde ich mir die mal genauer anschauen. Jetzt aber nochmal zurück zu unserem Flaggschiff hier. Was macht denn die TRUMA Aventa Comfort so besonders zusätzlich zu der beachtlichen Leistung? Ich glaube, jeder Camper kennt das Problem mit dem zulässigen Gesamtgewicht. Wir haben hier eine der leichtesten Dachklimasysteme auf dem Markt mit der Aventa Comfort und die hat 33 Kilogramm. Ja, das Gewicht ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Wie hat es TRUMA denn geschafft, bei der Klimaanlage auf so ein geringes Eigengewicht zu kommen? Das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, indem wir die obere Schale abnehmen und uns die Materialien genauer anschauen. Wir haben das hier jetzt einfach mal vorbereitet und die Oberschale abgenommen. Bei dir zu Hause geht das natürlich nicht so einfach, aber du siehst hier oben ein Material, das haben wir sowohl bei Ober- als auch bei Unterschale. Das nennt sich EPP, expandiertes Polypropylen. Das ist ein extrem hochwertiges und auch extrem leichtes Material, das du normalerweise aus der Automobilbranche kennst. Dann hat die Oberschale noch eine Tiefziehhaube, die unsere Klimaanlage vor äußeren Witterungseinflüssen oder auch vor kleinen Ästchen schützt. Ja, sehr spannendes Thema. Auch schön hier mal so ein bisschen das Innenleben zu sehen. Jetzt, wo ich hier gerade den Kompressor sehe, wie verhält es sich denn mit der Lautstärke der Klimaanlage? Die TRUMA Aventa Comfort ist eine der leistesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Der Kompressor ist so in der Klimaanlage angeordnet, dass die möglichen Geräusche, die beim Ein- und Ausschalten entstehen können, durch die Aufhängung gedämpft werden. Dann haben wir hier zusätzlich noch das Piping, das so angeordnet ist, dass selbst bei Vibrationen keine metallischen Geräusche entstehen. Auch die vorher schon erwähnte EPP, Ober- und Unterschale, dient zur Geräuschminimierung. Dann haben wir zusätzlich noch in der Fernbedienung einen Sleep-Modus, den du einschalten kannst. Das reduziert das Verdampfer und das verflüssige Gebläse. Und alle Maßnahmen gleichzeitig kombiniert tun extrem zur Geräuschminimierung sowohl in deinem Fahrzeug als auch außerhalb deines Fahrzeugs beitragen. Ja, super. Vielen Dank für die Einblicke, Edina. Jetzt habe ich zu guter Letzt noch eine Frage. Wie sieht es denn mit der allgemeinen Bedienbarkeit und vor allem auch mit der Vernetzbarkeit der Klimaanlage aus? Unsere Aventa Klimaanlagen sind extrem leicht bedienbar und vernetzbar. Du kannst entweder die mitgelieferte Fernbedienung nutzen oder unser CP Plus mit anschließen. Hast du jetzt noch eine Truma Kombi-Heizung oder eine Truma VarioHeat, dann kannst du die Klimaautomatik nutzen. Das heißt, du stellst einfach deine individuelle Wohlfühltemperatur ein und je nach Jahreszeit oder Umgebungstemperatur wird dann die Heizung oder die Klimaanlage in deinem Fahrzeug eingeschaltet. Das Ganze kannst du jetzt noch mit unserer Truma-Einet-Box toppen. Das heißt, du lädst dir unsere Truma-App runter und im Nahbereich kommunizierst du mit der Klimaanlage via Bluetooth und aus der Ferne kannst du Befehle per SMS an die Klimaanlage schicken. Ah ja, super. Okay, also alles dabei, was das Herz begehrt. Genau. Und um auch auf alles vorbereitet zu sein, werden unsere Klimaanlagen regelmäßig in den eigens dafür vorbereiteten Klimakammern getestet. Hier können wir tropische Temperaturen simulieren, um so auch den Einfluss von beispielsweise Luftfeuchtigkeit zu testen. Unsere Kompressorkühlanlagen können sowohl kühlen als auch entfeuchten, je nachdem, wo der Kunde eben im Urlaub ist. Ah, okay. Und sollte doch mal irgendwie ein Problem auftauchen? Dann sind wir natürlich für dich oder auch andere Kunden mit unserem europaweiten Service-Netz da. Super, Edina. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir verabschieden uns jetzt und sagen danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.